Das haben Sie wieder geändert. Endphase, vielleicht, vielleicht auch, fünfter Satz. Schön in der Tanz von Alexander Rados, der bei dem Töbel funktioniert, ist schon ganz gut hier. Vielen Dank. Das ist sehr, sehr schön. Wir kommen aus dem Handgelenke raus, der am Einzelnen wieder mitspielen wird. Die Nummer 5, fünfter Rad am Wagen. Zwei Gefühlvolle, die können da, von Alex Radosse, halten beiden im Spiel, fünfter Satz.